Schätzte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, kann ich bitte ein bisschen mehr Licht haben? Ich sehe ja gar nichts. Ja, verdammt sich! Sie haben ja schon gesagt, dass jeder erlaubte Platz besetzt ist, aber das hätte ich dann schon nicht gedacht. Dann tust du am Schluss wenigstens kräftig applaudieren, weil der Applaus ist der Lohn des Musikers. Und mit dreimal Klatschen können wir am Schluss wenigstens ein Brot kaufen. Jetzt müssen wir zusammen haben. Kultur und Sport sind wichtig. Helfen Sie mit, dass das Schiff nicht untergeht. Viel Vergnügen mit dem Corona-Quartett Maximal 15. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank.